Ich begrüße euch zum zweiten Teil des Segelurlaubes, und zwar zum eigentlichen Segelturn. Und zwar, wir sind jetzt sieben Tage, eigentlich nur noch fünf aufgrund des starken Windes, durch Kroatien gesegelt, von der Insel Kirk bis runter in den Süden, ich weiß nicht genau, irgendwas mit... irgendwie so, keine Ahnung. Haben auch auf der Insel Raab halt gemacht. Wahrscheinlich sagt euch das alles eh nichts. Ja, inzwischen bin ich am Tegernsee in Bayern. Das ist im Prinzip der Anschlussurlaub zu Kroatien, und ich will gar nicht lange drum rum reden, sondern seht selbst, was wir so erlebt haben. Ich hoffe, es gefällt euch, und ja, viel Spaß im Video. Bis zum nächsten Mal. 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 3, 2, 1 1, 2, 1